Angst um mein Rad. Ja Leute, jetzt bin ich am Start. Als erstes gehen wir mal den Lisi Osl Trail an. Ich habe heute meine Goggeln vergessen, jetzt habe ich noch Sonnenbrühen dabei gehabt, aber wird schon gehen. Werden wir uns jetzt dann gleich mal anschauen. Bis gleich. Lisi Osl Trail. Falls ihr euch fragt, wo der Herr der Dreh seinen Namen hat, Lisi Osl ist eine Cross Country Weltcup Legende und war der Abendsgeber für diesen Dreh. Ja, hier beginnt der Dreh dann erst so richtig, wenn es in den Wald reingeht, da wird es dann steil und technisch. Ich sage es euch, die GoPro Perspektive zeigt mir einmal ansatzweise, wie schnell das hier ist. Jetzt kommt dann gleich ein feiner Gap. Jetzt kommt dann gleich ein feiner Gap. Bitte. Justus, ich tente traveled ihr ici. Dann kommt es noch fünnischen an. Wir haben ein castingíver für die Dreh. Ich tente die Tiere aus der Sch lumpen, weil ich alles gut finde, jetzt Narrού lackern oder herauszufinden. Hundraber, Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Und ich muss sagen, ich war immer noch sehr unkonzentriert unterwegs. Auch wenn das trotzdem die schnellste Abfahrt war. Was das geführt hat, seht ihr jetzt gleich. Was ist heute für ein Tag? Aufgrund meiner Unkonzentriertheit bin ich da irgendwo hingefahren, habe nicht aufgepasst und mir hat es da mit mir hingeschmissen, war nichts Tragisches. Hat mich sehr geärgert trotzdem. Bin dann auch irgendwie fremd noch mal fahren und da habe ich dann gesehen, dass ich dieses Feature dann auch wirklich gut klirren konnte. Somit für mich an diesem Tag Ende gut, alles gut. Soll ich ... Soll ich ... Soll ich ... Soll es ... Ich kann die Kitz-Ski-Trails alle empfehlen, haben mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit der Lisio Osl drin vor allem. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ja, bitte lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt mir Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Drehgummi.